So, wir sind jetzt am PC und es geht um die Ziehung des Zweitplatzierten. Ja, der zweite Platz bekommt einen Gutschein für das Wolf Center in Dörr Pferden und ihr könnt dann da mit zwei Erwachsenen kostenfrei eintreten. Nochmal so als kleine Vorabinfo, ab dem 30.12.2016 dürfen keine Hunde mehr ins Wolf Center. Also lasst den Hund lieber zu Hause. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Zur Auswertung benutze ich hier Fanpage Karma und hier gebe ich jetzt einfach den Link ein, der zu dem Wettbewerb führt und dann ermitteln wir mal den Gewinner. Platz zwei ist ja der oder diejenige mit den meisten Likes auf den Bildern. Und das ist die Michaela. Schauen wir mal welches Bild. Ich glaube, das wird zu lange dauern. Ich werde das einfach mal suchen. Der Bananen-Essende Hund. Wunderbar. 50 Likes, nicht schlecht. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch und Platz Nummer drei gibt es dann im nächsten Video. Und das ist dann im nächsten Video. Vielen Dank.